Die derzeitige Haushaltslage zwingt uns zu solchen Maßnahmen. Wir müssen effektiv sehen, wo die Möglichkeiten sind, Einsparungen zu treffen. Und das ist eine der Möglichkeiten. Ist man mit der Arbeit der Statsjuarts unzufrieden gewesen? Ich will bestimmt nicht sagen, dass wir mit der Arbeit der Statsjuarts unzufrieden gewesen sind. Bei weitem nicht. Sie haben eine gute Arbeit gemacht. Wir werden auch die Arbeit, die die Statsjuarts gemacht haben, zum Teil nachher verlagern. Das heißt, die Serviceleistungen, die die Statsjuarts geleistet haben, Informationen an den Bürger oder so weiter wird hier über das Rathaus weiterverfolgen. Deshalb übernehmen wir ja auch zwei bis drei Leute.